Hallo und willkommen bei meinem YouTube-Kanal. VWL macht Laune, meine ich. Und mein Name ist Alexander Speermann. Ich bin habilitierter Professor für Volkswirtschaftslehre, forsche seit vielen Jahren, habe über 100 Publikationen veröffentlicht, die über 1000 Mal zitiert wurden und lehre Woche für Woche, zum einen in Köln an der VOM und zum anderen an der Uni Freiburg. Über 10.000 Stunden sind da in den letzten Jahrzehnten zusammengekommen. Bei mir gibt es VWL-Lernvideos zu Mikro, Makro, Mathe für Ökonomen, Statistik für Ökonomen mit R, moderne Ökonometrie mit R, aber auch Videos zu aktuellen wirtschaftspolitischen Themen wie dem Brexit. Mein USP ist, alles was ich hier erzähle in den Videos, ist das Ergebnis der interaktiven Lehre im Hörsaal. Hunderte von Studenten haben dazu beigetragen, dass die Videos gut werden. Vielen Dank dafür. Schauen Sie mal rein.